Mein nächstes Event ist ja der Jedi Ritter Luke Skywalker. Ich bin gerade dabei ihn zu fahren, damit ich auf Jedi Master Kenobi dann als meine nächste galaktische Legende kommen kann. Aber wir schauen jetzt mal nach einer Woche, wie der aktuelle Stand ist. Was sagt mein Roster? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit dem Projekt von Nulllauf Galaktische Legende Tag 949. Ja, noch eine ganz kurze Erklärung. In den letzten Videos, die sind jetzt schon ein paar Tage alt, kommt immer wieder die Aufpoppen mit der Benachrichtigung, weil jetzt der richtige Tag ist. Was ist denn passiert? Ja, ich habe einmal einen Zahlendreher drin gehabt und auf diesen Zahlendreher habe ich dann alle beiden Videos mit aufgebaut. Bis ich dann, wo ich die Videos geschnitten habe, festgestellt habe, ups, da ist mir ein Malheur passiert. Deswegen kommt das Aufpoppen. Ich habe das bis zum letzten Video, also sprich das, was ich vor einer Woche gemacht habe, habe ich das erst gemerkt. Dann habe ich erst angefangen, die ganzen Videos da zu schneiden. Vorher habe ich ja immer Videos veröffentlicht, die nichts mit diesem Video zu tun gehabt haben. Somit konnte ich nicht das Ganze korrigieren. Ich habe es jetzt inzwischen gemacht. Es wird bei jedem Video jetzt mit eingefügt und ich hoffe, dass das für euch in Ordnung geht. So, jetzt können wir als erstes die Belohnung noch schnell alles mitnehmen. Und ich habe mir erst dann noch ein zweites Malheur passiert. Ja, Capital Games hat ja die Zeitumstellung. In Amerika gab es ja schon. Und bei mir ist die komplett durcheinander gegangen. Liegt aber auch daran, weil ich ja gestern auf Discord war, ich wäre stundenlang unterwegs und habe nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und nochmal geschrieben. Und da habe ich dann einfach meine Zeit komplett vergessen und habe dann das Runterrieseln sehen, bis es dann 22.30 Uhr war und dann war es natürlich zu spät. Shit happens, kann passieren. So, das heißt, eine Runde, eine Woche Grand Arena fällt aus für mich, macht aber nichts. Ich bleibe bei dem aktuellen Stand stehen. Und apropos aktueller Stand, das ist mein aktueller Stand von meinem Schiffsroster. Also 48 Splitter für Poe Dameron's Jäger habe ich inzwischen ergattert. Also 51, jetzt fehlen nur noch 49, also 3 kamen jetzt noch dazu. Und dann kann ich mich auf das nächste, nämlich Landos und die Eben Hawk. Der Rest, äh, der B28 muss ich noch machen, den SE, den fahre ich nebenbei mit übrigens. Er wird nicht gezielt, sondern der wird nebenbei. Das Schiff habe ich ja schon. Moment. Können wir einmal... Ach, stimmt. Können wir das Schiff ja eigentlich gleich mal auch komplett abschließen. Genau. Dann ist das Schiff nämlich fertig, weil ich habe ja den, äh, den Piloten, der hat dann auch dementsprechend verbessert. So. Ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts weiter. So. Dann. Also. Mein Ziel ist ja Jedi Master, Jedi Ritter, also Jedi Master Kenobi. Aber vorher muss natürlich Jedi Ritter Skywalker erstmal kommen. Nein. Also. Ich kann den Bowcaster Tobarca bereits eine Reliktstufe 5 verpassen. Jetzt habe ich natürlich keine Materialien mehr. Schauen wir mal. Hier kann ich die Herausforderungsstufe 1. 2 schaffe ich noch nicht. Dafür sind meine Truppel und meine Kopfgelieger hier zu schwach, deswegen bringt mir das alles nichts. 3 schaffe ich noch nichts. dazu und zum schluss jetzt noch mal 9 25 jetzt fehlen wir hier noch die 25 und die werde ich definitiv heute nicht erreichen deswegen werde ich nächste woche den ersten kandidaten bereits soweit haben wie ich ihn haben möchte idealerweise will ich ihn natürlich auch noch idealerweise wäre es natürlich wenn ich ihn auf sieben genauso wie die commande luke skywalker hinkriege ich denke dies wird ein kleines ding das wäre natürlich interessant wenn ich den dann auch auf relikte genauso wie dann hand solo auf relikte 7 und noch weitere werden schaue ich mal wie weit es dann ausschaut also wampa habe ich zwei teile ergattert also nie ein teil konnte ich besitze garten wir sind zweimal das gleiche dann hier fehlen hier noch zwei ja jetzt kann man so dann haben wir hier das nächste und an denen da hat man dann die und die also wird das noch ein bisschen dauern chirotex habe ich 153 dessen lang aber es fehlen natürlich noch die das heißt 48 ich brauche 27 von denen da habe ich genug 4 80 genau 80 von denen und 100 von denen kann ich jetzt gerade aktuell auch nicht billig kaufen ohne kristalle also ist das gehe ich davon aus das werde ich bis wir die auf jeden fall jetzt dann noch hinkriegen aber erst muss ich weiter hier arbeiten und das sollte dann auch nicht weil ich gehe davon aus dass mein erster kandidat nächste woche soweit sein also gehe davon aus gehe ich gehe ganz stark davon aus dass ich die nächste woche soweit haben sollte sollte also machen wir mal weiter weil ich will natürlich auch noch an den anderen kandidaten arbeiten schack zum beispiel ist eine kandidatin die kräfte 6 das heißt der fünfte stern steht bei ihr so dann den b1 da kann ich nichts mehr machen dann bo katan kreis so dann arbeiten wir natürlich an monosma weiter das wird natürlich auch weiterhin so bleiben und zum schluss natürlich diesen will ich natürlich auch noch haben vier fleiter splitter so dann hat mir ein hat mir mein einer meiner office hat mir auch viel von mir nicht einer sondern ein office von mir gesagt dass er bei seinem se die schmiede mit dazu setzt und zwar auf relikte ich halte das für definitiv eine gute idee und deswegen wird die schmiede jetzt ab jetzt auch mit gefahren dann bekomme ich natürlich auch base mal was automatisch mit dazu und aktuell natürlich auch die neunte schwester aber das wird ja auch nicht mehr lange dauern dann kommt sie natürlich auch auf level 85 aber sie wird noch nicht weiter gearbeitet weil er erst weil sie erst auf dritten stern ist deswegen ist die schmiede ihm keine gute idee wenn man das weitermacht so dann was machen wir denn als nächstes wir können einen auf relikte auf die stufe ziehen können wir natürlich jetzt nicht machen 12 12 13 können wir natürlich jetzt nicht hinkriegen aber wir können diesen hier auf die stufe 11 da ist nichts mehr möglich oh c3po wie haben wir denn da 89 dann können wir c3po auch da können wir ein omega noch einsetzen seht da geht nicht da fehlen noch drei und diese teile fehlen auch keine ahnung was jetzt gerade los ist irgendwas fehlt mir gerade ich bin gerade etwas müde so schauen wir mal ja da braucht sonst nichts weiter deswegen können wir jetzt auf stufe 9 bringen den c3po kodi sind wir auch auf stufe 9 mandalorianer können wir mal weiter arbeiten das war's für sie die ayala sekura so bei ihm geht nix sie lassen wir mal so tja und damit habe ich eigentlich meine aufgaben für heute schon abgeschlossen das waren nicht nicht allzu viele weil ich natürlich jetzt erstmal wieder anfängt ein wenig zu dauern aber ich sage geht davon aus wampa werde ich nächste woche dann hin kriegen und die anderen kandidaten kann ich sowieso momentan nicht benutzen wie gesagt chobarco muss ich noch schauen dass ich ihn besser modden kann commander luke skywalker ist schon sehr sehr gut gemordet hat ein tempo von 306 und einen zusätzlichen schaden von 1520 aufgelikte 7 das ist schon mal recht ordentlich fader fader und tauschen kann ja die restlichen kandidaten kann ich sowieso jetzt aktuell nicht weiter machen und deswegen werde ich euch jetzt nicht weiter auf die folge spannen das würde ich sagen war es jetzt für dieses video das war jetzt ein relativ kurzes video aber es war ja auch nur eine woche es war eine woche und da ist leider nicht viel passiert weil ich mich beim anderen account auf etwas anderes konzentriert habe damit ich die exekutor freischalten kann was ich geschafft habe nichtsdestotrotz war es jetzt für dieses video wenn es ihr gefallen hat daumen oben abo klack da wünsche allen einen schönen tag macht's gut so servus möge die macht mit euch sein und wir sehen uns dann im nächsten video wir sehen uns dann im nächsten video wir sehen uns dann im nächsten video